Ja, ich befinde mich hier in dieser interessanten Klasse. Studiengang Mode, Kostüm und Textildesign. White Bird in Color Frame. Ausgestellt sind individuelle Interpretationen von Textilien, Schmucktechniken. Die Studierenden zeigen Arbeiten von Plissee, gespinsten Verzierungen, alle präsent auf weißen Börds. So wie individuell entwickelte Entwürfe. Hier sind die Namen, aber die stehen auch nochmal an den einzelnen Objekten dran. Vielen Dank. 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 ... 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